Heute nehme ich die Gaben in Anspruch, die die Vergebung gibt. Lektion 334 Ich will nicht einen Tag mehr warten, um die Schätze zu finden, die mir mein Vater schenkt. Illusionen sind samt und sonders nichtig. Und Träume sind vergangen, noch während sie gewoben werden aus Gedanken, die aus falschen Wahrnehmungen beruhen. Lass mich heute nicht wieder so magere Gaben akzeptieren. Die Stimme Gottes bietet allen Gottesfrieden an, die hören und beschließen, ihm zu folgen. Dies ist heute meine Wahl. Und so gehe ich hin, die Schätze zu finden, die mir Gott gegeben hat. Ja, die Gaben anzunehmen, in Anspruch zu nehmen, die die Vergebung gibt. Wie oft habe ich zum Beispiel die Worte gesprochen, Ich will dies vergeben, damit es verschwindet. Oder lass mich dies durch deine Augen sehen. Ich möchte dies anders sehen, damit ich Frieden erfahre. Oder stopp, diesen Gedanken möchte ich nicht. Ich möchte stattdessen den Frieden Gottes. Und so weiter. Viele Vergebungslektionen gesprochen. Aber in mir war lange Jahre, muss ich sagen, eine Instanz, die noch weiter träumen wollte. Die Vergebungslektionen wurden wohl formuliert. Und der Wille, endlich Frieden zu haben, war wohl existent. Aber die Instanz, die weiter träumen wollte, hatte mich noch voll im Griff. Und, wie soll ich sagen, im Voranschreiten der Vergebung, im Voranschreiten des Lernens mit dem Kurs im Wundern, wurden diese Lektionen plötzlich Wirklichkeit. Ich möchte nicht mehr weiter träumen. Und so tauchen Gedanken auf, denen ich deutlich sagen kann, Halt, Stopp! Du hast hier nichts mehr zu suchen. Verschwinde! Ich wähle den Frieden Gottes oder Ähnliches. Und plötzlich bemerke ich, dass dieser Gedanke keinen Einschluss mehr hat auf meinen Geist, weil ich darauf achte und diszipliniert Formulierungen finde, die darauf hinweisen, dass ich die Liebe wähle. Ich sage dies auch deshalb, weil ich immer wieder anschreiben bekomme, ja, die Vergebung, das funktioniert bei mir nicht, mache ich es richtig? Tatsächlich möchte ich es erlernt werden, um von der Oberfläche in die Tiefe zu gelangen. Und als ich bemerkt habe, dass es etwas in mir gibt, in meinem Geist, das lieber noch weiter träumen möchte, das hat mich aufgerüttelt. Das hat mir deutlich gezeigt, oh, da gibt es noch etwas zu lernen. Denn solange ich noch weiter träumen möchte, möchte ich ja die Welt noch als getrennt sehen. anscheinend gibt es da dann doch noch etwas, was mich, ja, glücklich machen könnte. Anscheinend gibt es ja dann doch noch etwas, wo ich einen anderen beschuldigen möchte oder ihn getrennt von mir sehen möchte oder glauben möchte, dass er schuld ist, dass es mir so schlecht geht oder dass die Beziehung nicht funktioniert oder, oder, oder. Und solange wir auf diese Art weiter träumen wollen, sind wir eingeladen und aufgefordert, die heutige Lektion zum Beispiel zu praktizieren. Die Lautung könnte schaue ich durch, schaue ich jetzt durch das Ego diese Situation an oder durch das Ewige. Und dann bekommen wir mit der Zeit ein Gefühl dafür. Denn solange ich durch das Ego schaue, solange sehe ich Trennung, solange sehe ich Konflikt, solange möchte ich noch weiter träumen. Und das Ewige gibt mir sofortigen Frieden. Und das sind die Wahlmöglichkeiten, die du und ich haben. Wir haben keine andere Wahlmöglichkeit. Denn die Quelle des Glücks ist eine Entscheidung für das Ewige. und die Trennung beinhaltet so viele unterschiedliche Entscheidungen. Hierhin, dorthin, das noch, dieses noch, jenes noch und das ist schöner, ach nee, das und guck doch mal, der ist doch schuld und so weiter. Und wir verlieren uns wieder in unendlichen Geschichten. Und das Ewige ist schlicht und einfach. Schlicht und einfach. Es fordert nichts von der Welt, wie wir gestern schon gehört haben. Aber es gibt der Welt das Licht. Es leuchtet alles hinweg, was uns in Unruhe, Angst und Sorgen versetzt. Und plötzlich zu bemerken, dass die Vergebungslektion wirklich funktioniert, halt stopp diesen Gedanken, will ich nicht mehr weiter denken, ich wähle den Frieden Gottes. Das ist ein Tag der Freude. Du siehst plötzlich, ja, es funktioniert, er ist weg, dieser Gedanke. Er mag wohl wieder auftauchen und auf andere Art und Weise verkleidet sich zeigen und du hast die Macht zu entscheiden, ich brauche dich nicht mehr. Denn jeden Ego-Gedanken, den wir denken, erzeugt weitere Hundert und bietet uns wieder Möglichkeiten, der Trennung ein Jahr zu geben, bietet uns wieder Möglichkeiten, der Krankheit, dem Schmerz und all diesen Dingen, die das Ego-Denksystem nun mal serviert, weiter zu pflegen. Ja, wir pflegen unsere Opferhaltung, wir pflegen unsere Einsamkeit, wir pflegen unsere Depression. jeder, der sich auf diese Art und Weise, jeder, der auf diese Art und Weise weiter träumen möchte, entscheidet sich hierfür. Er glaubt, er ist ein Opfer und nimmt diese Idee, diese machtvolle Idee, ein Opfer zu sein, um sich eben, um weiterhin zu träumen. Und du kennst das, was es bedeutet, ein Opfer zu sein. Du weißt ganz genau, wovon ich spreche. Du bist ein Opfer des Familiensystems, du bist ein Opfer deiner Krankheiten, du bist ein Opfer deiner Beziehungen und so weiter. Wir nutzen die Macht Gottes, um uns als Opfer im Mangelbewusstsein zu erleben. Und es sieht so wahr aus, es sieht doch so wirklich aus. Ja, guck doch hin. Ja, ich guck mit dir hin und ich sage dir gerne, du täuschst dich. Jedes Mal und immer. Denn solange noch Fragen diesbezüglich gestellt werden, ist immer Täuschung, wollen wir immer träumen. Wir wollen den Traum der Trennung träumen. Wir wollen ein einzelnes Blatt auf dem Baum sein. Und alle anderen um mich herum und auch ein bisschen weiter weg sind meine Feinde. Und die sind verantwortlich, dass ich ein Opfer bin. Opferitis Humana Opferitis Mechanicus Alles passiert aus der Ursache meines Denkens und ich erfahre die Wirkungen und mache Zeit und so weiter. Und ich kann zurückschauen als Opferitis Humanicus, kann ich zurückschauen auf eine Vergangenheit, die mich heute noch beeinflusst und ich das Opfer davon bin. Ja, wenn meine Eltern. Heute kannst du dich fragen, ja, wenn ich, wann will ich endlich erwachen? Wann möchte ich endlich die Gaben in Anspruch nehmen, die die Vergebung mir gibt? Und was sind die Gaben der Vergebung? natürlich, Liebe, natürlich, unendlicher Frieden. Wann bist du bereit? Deutlich ist zu fühlen, dass diese Frage in dir nur die eine Antwort hervorbringt, ja, ich bin bereit. Ich bin bereit, das weiß ich, ganz genau, dass du bereit bist, sonst könntest du hier nicht zuhören. Und Jesus sagte uns in diesem Kurs im Wundern immer wieder, deine Bereitschaft genügt, füge dieser kleinen Bereitschaft nichts mehr hinzu, denn du hast die einhundertprozentige Bereitschaft, die dir vom Ewigen gegeben wird. In Verbindung mit dem Ewigen wirst du dieses Ziel erreichen. Füge dieser kleinen Bereitschaft nichts mehr hinzu. Du musst nicht würdig werden, denn du bist es schon. Du musst nicht ehrlicher werden, du musst nicht dein Leben verbessern, du musst nicht dieses Aufhören und dieses Anfangen, du musst nicht den Zehn-Schritte-Plan des Egos, also die Zehn-Gebote des Egos erfüllen, du musst einfach nur still sein. Ich bin bereit, heiliger Geist. Ich kann nur diese kleine Bereitschaft bringen, denn ich weiß nicht, wie es anders geht. Aber diese kleine Bereitschaft, die gebe ich dir. Und den Rest überlasse ich dir. Und ich warte hier in diesem Traum, in dem ich mich selbst begeben habe und mich als das erfahre, was ich nun mal aus mir gemacht habe. Ich warte hier auf deine Befreiung. Nimm du alle meine verrückten Gedanken. Nimm du alle meine verrückten, trennenden Konzepte der Angst und der Schuld von mir. Ich möchte wirklich die Quelle Gottes erfahren, aber ich selbst kann es nicht. Ich habe es immer selbst versucht. Ich wollte mich heilig machen. Ich wollte mich selbst vollständig machen. Ich wollte aus mir ein spiritueller irgendetwas machen. Ich habe versagt. Das sehe ich ein. Heiliger Geist, ich gebe dir diese 1% Bereitschaft. Und ich weiß, dass du mir 99 davon gibst. Und mit dir zusammen, mit dir zusammen, du ewiger Geist der Liebe, werde ich erfahren, was es bedeutet, im Herzen Gottes zu ruhen. Ich selbst kann es nicht. Das ist eigentlich eine sehr wichtige Formulierung. Ich selbst kann es nicht und ich bin dennoch würdig, einzugehen in das Herz Gottes. Denn wenn wir es könnten, wäre die ganze Erde schon erwacht. Denn jeder von uns strebt nach Frieden. Jeder Mensch strebt nach dem Frieden Gottes. Jeder, ausnahmslos jeder. Dieses Bedürfnis trägt jeder in sich. Und die Menschheit scheitert an der Einfachheit der Lösung, diese 1% Bereitschaft aufzubringen. Weil sie dieser kleinen Bereitschaft noch etwas hinzufügen wollen. Sie wollen sich selbst als würdig, sie möchten sich selbst läutern, um sich als würdig zu erfahren, das heißt, sich niederzuwerfen für irgendwelche Götzenstatuen. Sie wollen ein besserer Mensch werden. Sie wollen hilfreich sein in der Welt, indem sie die Umwelt retten oder ich weiß nicht, was alles jedem einfällt. Du bist würdig, du musst nur noch still sein. Setze dich still hin, sprich und kommuniziere mit dem Heiligen Geist und erwarte ihn. Versetze dich in Bereitschaft, versetze dich in das Empfangen. Empfange ihn mit einem offenen Herzen, mit einem offenen Geist und du wirst sehen, was Vergebung wirklich bedeutet. Es ist nicht das Oberflächliche Ich vergebe dir, weil ich besser bin wie du oder weil ich den Kurs in Wundern mache. Ich vergebe, um zu verstehen, dass nichts davon existiert, was ich mir ausgedacht habe. Die Liebe sieht keine Begrenzungen. Die Liebe sieht niemanden, der irgendeinen Fehler gemacht hat. Die Liebe gibt, sie will nichts von der Welt. Und das sind Schlüsselinformationen, die uns darauf hinweisen können, wohin dieser Zug führt. Und es kann sein, dass der Heilige Geist zunächst externe, Lehrmittel wie der Kurs oder andere Menschen dafür nutzt, um dich an das zu erinnern, was du bist. Und das ist gut so, bis du irgendwann an dem Punkt bist, und es spielt keine Rolle, wie lange das dauert, bis du irgendwann an dem Punkt bist, wo du verstehst, um was es sich dreht. Und der Kurs oder andere, ich möchte sagen, fortgeschrittene Lehrer können dich in diesem Maße unterstützen, in einem sehr hohen Maße unterstützen. Und für mich ist der Kurs das Lehrmittel, das mich dazu befähigt, diese Worte zu dir zu sprechen. Ich habe keine Ahnung, wo ich wäre, wenn dieser Kurs nicht in mein Leben gekommen, nicht in diesen Traum gekommen wäre. Ich würde wahrscheinlich heute noch irgendwelche interessanten Dinge tun, von denen ich glaube, dass es etwas bringt. Heute weiß ich, ich brauche Hilfe. Und diese Hilfe, die ist uns gegeben, dir wie mir, und du bist genauso würdig wie ich, diese Hilfe anzunehmen. Denn der Lehrer ist für uns beide der Heilige Geist. Und ich habe über die Jahre dieses Kursstudiums gelernt, durch ihn zu sprechen und das zu formulieren, was ich gerade bereit bin, mit dir zu zu erinnern. So einfach ist das. Und deshalb gehen wir zusammen. Und solange wir uns in die Aktivitäten der Welt verstricken und wir denken, wir wüsten selbst, was das bedeutet, spiegelt das meinen Widerstand wieder. Hast du das gehört? Es spiegelt, solange ich glaube, was irgendetwas in dieser Welt bedeutet, spiegelt dies nur meinen Widerstand wieder. Denn du wie ich, wir haben keine Ahnung, was irgendetwas bedeutet. Wie wäre es, wenn wir dies endlich als wirklichen Schlüssel benutzen? Ja, mein Partner, ja, die Krankheit, du weißt nicht, was es bedeutet. Und solange du glaubst, du wüsstest, was es bedeutet, möchtest du weiter träumen. Es ist nicht wunderbar, dies endlich zu wissen, denn durch dieses Wissen eröffnen sich völlig neue Türen und Tore für dich. Du wirst jede Bedeutung, die du den Dingen gibst, ist eine heiße Herdplatte, an denen du dir jedes Mal die Finger verbrennst und die Gaben Gottes weit entfernt sind. Und hier wurde schon oft formuliert, dass wir nicht wissen können, was irgendetwas bedeutet. Wir wissen nicht mal, warum wir irgendetwas tun. Du weißt nicht einmal, warum du dieses oder jenes tust. Du weißt es nicht. Oder warum du so oder so reagierst, du weißt es nicht. Aber durch diese kleine Bereitschaft, mehr braucht es nicht, denn du kannst nicht mehr aufbringen, wie diese kleine Bereitschaft, durch die Augen des Ewigen zu schauen, zeige du mir, wie du diese Situation siehst, schulden, wird unser Geist geschult. Denn dieser Kurs in Wundern ist eine Geistesschulung. Es ist keine Körperschulung, in der wir benennen, das kommt da oder daher, die Ursache ist dies oder jenes oder ich weiß, was das bedeutet, das ist die Ego-Körperschulung. Geistesschulung bedeutet, all unsere Ideen, was irgendetwas bedeutet, endgültig aufzugeben. Ansonsten stürzen wir uns wieder in Angst und Traurigkeit. Unser Nervensystem ist angespannt, weil wir intuitiv wissen, in Wirklichkeit wissen wir es nicht. Wir tun nur so, als Experten der Illusion, was irgendetwas bedeutet. Und der eine Experte weiß in seinem Traum Geschehen anscheinend mehr. Keiner von uns weiß irgendetwas, solange wir glauben, wir wüssten, warum dieses oder jenes geschieht. Jeder von uns möchte weiter träumen, solltet sein, solange er glaubt, warum er dieses oder jenes selbst tut. Und das sind eindringliche Hinweise, das sind klare Aufforderungen, bei sich selbst nachzuschauen, um endlich seine Bedeutungslosigkeit im Traum aufzugeben und um im Herzen Gottes den Frieden zu finden. Und während du mir jetzt zugehört hast, spürst du deutlich, dass dies wahr ist. Und du spürst deutlich den Frieden im Herzen Gottes. Möge dies unser Weg sein, möge dies unser direkter Weg sein, um endlich von all diesem Irrsinn, den wir gemacht haben, um endlich diesen Irrsinn aufzugeben. Die kleine Bereitschaft genügt vollständig. Denn durch die kleine Bereitschaft bekommst du vollständige Hilfe. Ich suche nur das Ewige, denn dein Sohn kann sich mit nichts weniger als diesem zufrieden geben. Was anderes also kann sein Trost sein, als was du seinem verwirrten Geist und erschrecktem Herzen schenkst, um ihm Gewissheit zu geben und Frieden zu bringen. Heute möchte ich meinem Bruder sündenlos sehen. Dies ist dein Wille für mich, denn also werde ich meine Sündenlosigkeit erblicken. Heute möchte ich die Welt sündenlos sehen. Und deshalb ist es so enorm hilfreich. Durch wessen Augen schaue ich jetzt auf diese Situation. Gebe ich den Dingen noch meine Bedeutung, mein persönliches Wissen oder endlich den Frieden. Denn immer, wenn ich durch das Ewige auf die Situation schaue, segne ich diese. Und so schauen wir segnend auf die Welt und das heißt, wir schauen vergebend auf die Welt. Und durch diese vergebende Sicht werden wir die Gaben empfangen, die Gott für uns bereitgestellt hat. Es wird Zeit, findest du nicht auch? Ja. Danke, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen. Danke, dass du und ich wir darin und wir uns darin erinnern, was wir wahrhaftig sind. Du und ich, wir sind das Ewige, vereint im Herzen Gottes. Was denn sonst? Mir fällt nichts Besseres mehr ein wie genau dieses. Lass uns dieses feiern. Lass uns dieses erinnern. Alles andere ergibt keinen Sinn mehr. Stimmt's? Stimmt. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.